Unser Thema heute Abend, Making Digitalization Work for the Climate. Das ist in Anlehnung an den aktuellen Titel unseres jetzt auf Englisch erschienenen Buchs Smart Green World, Making Digitalization Work for Sustainability. Heute geht es ein bisschen im engeren Sinne um Klima. Und ich möchte das mit fünf Thesen und wie ich mir habe sagen lassen, am besten in nur 20 bis 25 Minuten ein bisschen umreißen und hoffe, dass wir dann schön in die Diskussion einsteigen können. Meine erste These ist Digitalization und Climate, Digitalisierung und Klima. Die Politiken, Klimapolitik und Digitalisierungs- oder Digitalpolitik finden derzeit auf unterschiedlichen Planeten statt. Klimapolitik ist zum Glück wieder top of the agenda. Fridays for Future hat es natürlich ganz besonders wieder in die politische Debatte hineingebracht. Jetzt auch nach der Krise oder zwischen den Shutdowns, wie auch immer, wieder aufgenommen mit neuen Demonstrationen. Aber mehr als das natürlich auch viele Regierungen in der Welt, die alle noch viel zu wenig machen, haben das Thema mit hoher Provenienz nun angenommen. Zum Beispiel hat Deutschland erst letztes Jahr, es kommt einem so lange hervor, nach dem Atomausstieg nur noch den Kohleausstieg beschlossen. Sogar ewige Nachzüglerstaaten wie zum Beispiel Japan und Australien, von denen man jahrelang schon überhaupt nichts mehr erwartet hat, schwenken nun auf etwas vernünftigere Klimapolitiken ein. Japan hat zum Beispiel gerade vor ein paar Tagen auch Nullemissionen bis zum Jahr 2050 verkündet. Nur die USA sind da natürlich noch lange nicht dabei. Ja, und in der EU wird der Green New Deal als eines der Leitprojekte für die nächsten Jahre betrachtet, wo dem Klimaschutz eine ganz zentrale Rolle zukommt. Während es aber beim Klimaschutz vor allen Dingen um ein weniger geht, weniger an Emissionen, dafür auch weniger Energieverbrauch, nicht nur fossile Energien, sondern allgemeinen Energieverbrauch, damit die Transformation zur Wende 100 Prozent erneuerbarer Energien klappen kann, weniger Konsum auch, weniger Transport, weniger globale Warenströme und so weiter, ist es in der Digitalisierungspolitik ein ganz anderes Paradigma, was da landläufig verfolgt wird. Digitalisierung wird im Green New Deal auch genannt, aber da eher, um Ökologie und Ökonomie zu versöhnen, um nämlich mit Hilfe von Digitalisierung das Wachstum anzufachen. In Deutschland sollen dank systematischer Digitalisierung der Industrie 125 Milliarden mehr Wertschöpfung in den nächsten fünf Jahren erzielt werden, so behauptet es McKinsey. Das Industrial Internet of Things, wo Deutschland kräftig mitmischt, soll natürlich diese Leitposition Deutschlands als Fabrikausstatter, als Weltmarktexporteur weiter ausbauen. In der EU, aber auch in anderen Ländern, aber in der EU wird Artificial Intelligence als die Wachstumsmaschine Nummer eins betrachtet und ganz viele Politiken in den Hauptstädten, aber auch in Brüssel zahlen auf diese Strategie ein, mithilfe von einem systematischen Aufbau und der Förderung von AI eben das Wachstum zu befördern, aber vor allen Dingen auch, und das ist auch ein Wachstumssprech, vor allen Dingen eben auch, nicht den Anschluss an die Wachstumslokomotiven USA und China zu verlieren, die da schon viel weiter seien. Ich möchte nicht viel weiter noch darauf eingehen. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass das, was in großen Zügen an Digitalpolitik läuft, auf ein wirtschaftliches Wachstum einzahlt, was paradigmatisch in eine völlig andere Richtung weist, als das, was die Klimapolitik abzieht, also auf das, was die Klimapolitik abzielt. Noch viel zu wenig, so also meine erste These, werden diese beiden Domänen zusammengedacht. Deutschland ist da sicherlich eine Ausnahme. Hier hatten wir in den letzten zwei, drei Jahren eine recht intensive Debatte über Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Und das, was das Umweltministerium da jetzt in den letzten Jahren gemacht hat, kann sich sicherlich sehen lassen, aber wenn man die Hauptstädte Europas oder auch andere Länder sich anguckt oder auch die Konzernzentralen sieht, dann finden Digitalisierungsstrategien und Klimaschutzstrategien in völlig getrennten Welten statt. Und es werden weniger die Chancen noch die Risiken des einen für das andere jemals richtig systematisch in den Blick genommen. Es ist also fast eine Art Schizophrenie, in der wir hier leben, mit Digitalisierung und Klima top of the agenda, aber in unterschiedliche Richtungen weisend auf unterschiedliche Ziele, auf divergierende Ziele abzielen. Das Klimaproblem werden wir nicht her mit einer Business as usual Wachstums- und Wirtschaftspolitik. Aber Digitalisierung soll genau das bringen, sozusagen Schmiermittel für die Erschließung neuer Märkte, Generierung neuer Ökonomien, der Datenökonomien, Konsumentenmanipulationen und natürlich auch als Schmiermittel für die internationalen Finanztransaktionen. Also erste These, Digitalpolitik und Klimapolitik auf unterschiedlichen Planeten. Wie sieht das aus mit den Chancen und den Risiken? Hierzu haben wir viel gemacht. Ich will das nur ein bisschen highlighten hier und nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Wenn überhaupt bisher Digitalisierung und Nachhaltigkeit oder Klimaschutz zusammengedacht wurden, dann wurde gerne relativ naiv und simpel auf die Effizienz und die Virtualisierungspotenziale der Digitalisierung gesetzt. So nach dem Motto, durch Digitalisierung wird doch alles vom Physischen entmaterialisiert und virtualisiert. Das ist doch ohnehin dann schon mal ressourcensparend oder eben jetzt nochmal stärker auf Klima fokussiert. Durch Digitalisierung werden verschiedenste Prozesse in verschiedensten Sektoren effizienter gestaltet und somit können auch CO2-Emissionen, so die Annahme, verringert werden. Und diese Debatte, wenn man da genau hinguckt, reicht wirklich schon 15, 20 Jahre zurück. Also da gab es schon Anfang der 2000er die ersten Analysen. Ist denn Zeitungslesen mit einem gedruckten Abo, energiesparender oder ressourcensparender als Online-News lesen? Oder es gab dann etwas später auch noch in den 2000er Debatte durch einen Download von einer CD in Form von MP3. Es kann man bis zu ein bis zwei Kilogramm CO2 pro Album sparen. Spätere Debatten dann eher so in den letzten fünf Jahren gingen um Streaming von Videos. Auch hier unterschiedlichste Studien und Annahmen natürlich, aber auch so landleucht die Meinung, wenn man mit dem Auto zur Videothek fährt, sich eine DVD ausgeliehen hat in früheren Zeiten und jetzt stattdessen streamt, kann man da ein Drittel Energie sparen pro gestreamtem Film. Es gibt noch viel, viel mehr Beispiele. Vielleicht noch ein letztes. Automatisierte Heizungssteuernsysteme, also Smart Heating Systeme, so die landläufige Meinung. Da gibt es auch ganz gute empirische Studien, können bis zu ein Drittel Energie sparen, indem die Heizungssteuerung eben optimiert wird. Räume beispielsweise nur noch dann geheizt werden, wenn sie wirklich genutzt werden und so weiter und so fort. Aber das sind natürlich alles theoretische, technische Einsparpotenziale. Und mich als Sozialwissenschaftler hat schon immer interessiert, ja gut, was ist denn jenseits der technischen Innovationen dann an Veränderungen auf Seiten der Nutzung bei den KonsumentInnen zu beobachten? Inwiefern führt denn die Einführung von Online-News oder digitalen Musik- und Videoangeboten oder eben Smart Home Systeme auch zu einer Veränderung der Konsumweisen? Und was bedeutet das wiederum für Energie- und CO2-Emissionen? Und hier wird man eben sehen, dass da viele Effekte ins Spiel kommen, die dann diese technischen Einsparpotenziale wieder auffressen. Ich gehe diese Beispiele nochmal durch. News, klar, eine gedruckte Zeitung ist heute, kommt einem schon fast wie eine Umweltverschmutzung vor. Aber auf der anderen Seite steht natürlich, dass zigtausendfache an News und Social-Media-Posts und Blogs und Tweets und so weiter dem gegenüber, die alle auch generiert werden müssen, Daten transferiert werden müssen, Strom kosten. Musik, Lieder werden lange schon nicht mehr einfach als MP3 irgendwie heruntergeladen, sondern gestreamt, teilweise auch das eine dasselbe Lied, zigfach gestreamt, wenn es jetzt der most favorite song ist. Und selbst die, die artig ihre Spotify-Bibliotheken downloaden, ja, die haben wahrscheinlich immer noch eine viel größere Musikbibliothek digital auf dem Smartphone oder auf dem Tablet, als das früher das landläufige CD-Regal war. Streaming, auch hier ganz klar, die Einschaltquoten im Fernsehen gehen eben nicht runter. Vielleicht machen ein paar Kinos pleite, aber in allen Teilen kommt das Streaming on top, obendrauf auf hohen Filmkonsum. Mein letztes Beispiel, Smart Home-Systeme. Wir haben da selber eine recht fundierte Untersuchung gemacht zu Smart Home und Energie- und Ressourcenschutzpotenzialen und haben unter anderem 500 Haushalte in Deutschland befragt zu Smart Home und dabei festgestellt, dass das durchschnittliche Smart Home-System aus zehn digitalen Geräten besteht. Also neben der eigentlichen Heizungssteuerung dann gibt es eine Fülle anderer Geräte, natürlich die Luft- und Feuchtigkeitssensoren, WLAN-taugliche Rauchmelder, die Home-Security-Kamera und dergleichen mehr. Und diese Geräte selber natürlich kosten in der Herstellung Strom, in der Nutzungsphase dann auch Strom und Energie und CO2-Emissionen. Insofern, die Beispiele zeigen, und mein Fazit hier zur These zwei ist, bisher haben Rebound-Effekte, Induktionseffekte, Wachstumseffekte, Veränderungen bei den Konsummustern dazu geführt, dass die technischen Einsparpotenziale aufgefressen wurden. Insofern meine zweite These, Digitalisierung war derzeit vor allem oder in erster Linie Nullsummspiel mit Blick auf Beitrag zum Klimaschutz. Dritte These, wie könnte es besser sein? Das ist auch eine Corona-Lehre, auf eine Art zumindest. In der Corona-Krise haben wir jetzt gesehen, wenn Digitalisierung systematisch substituiert, dann können damit erheblich Emissionen verringert werden. Ich sage deswegen nicht, dass das sozusagen der Blueprint ist, wie es zu laufen hat, aber ich sage, dass das eine Lehre ist, die zeigt, wie es gestaltet werden müsste. Denn wir haben natürlich gesehen, dass auf dem Peak der Corona-Krise Anfang April waren die Emissionen 26 Prozent niedriger in Deutschland, vor allen Dingen durch den Verkehr. Für ganz 2020 wird global mit 4 bis 7 Prozent weniger Emissionen gerechnet. In Deutschland Rückgang 30 bis 100 Millionen Tonnen. Das ist ungefähr das, was Deutschland eigentlich jedes Jahr leisten müsste, um seinen Fair Share für eine klimagerechte Politik zu leisten. Und Digitalisierung hat dabei eine große Rolle gespielt, weil sie konsequent substituiert hat. Wir hatten 50 bis 80 Prozent weniger Verkehr, aber 120 Prozent mehr Videokonferenzen. Und klar, diese Videokonferenzen kosten auch Strom, aber netto unterm Strich deutlich weniger, als das im Verkehrsbereich durch ein Pendeln von A nach B oder gar durch Flugreisen zu verzeichnen ist. Digitalisierung in der Krise hat übrigens auch gezeigt, das ist nochmal spannend, dass wir mithilfe von Digitalisierung Emissionen drastisch vermeiden können, ohne aufzurüsten, ohne auf Artificial Intelligence, Internet of Things oder dergleichen hoffen zu müssen, sondern mit dem bestehenden Potenzial an digitalen Infrastrukturen und Endgeräten. Also wenn man da irgendwo aufrüsten müsste, dann wahrscheinlich am ehesten, um die Digital Divide zu reduzieren. Denn natürlich waren in der Krise, im Lockdown die Familien oder auch Arbeitnehmerinnen, die weniger Zugang zu digitalen Geräten und zum Internet hatten, deutlich benachteiligt. Aber als Land, sage ich mal so, hat die digitale Infrastruktur ausgereicht. Es hat auch keine Verstopfung der Netze gegeben, wie man hier sicherlich gut weiß in diesem Raum, nur weil jetzt Leute mehr Videokonferenzen gemacht haben, sondern mit dem Potenzial, was da war, konnten eben diese drastischen Emissionsreduktionen unterstützt werden. Ja, die Herausforderung, die jetzt besteht, ist, das zu verstetigen. Natürlich nicht die Corona-Krise in den Schatten zu verstetigen, aber die Substitution zu verstetigen. Wie kriegen wir das hin als Gesellschaft, dass Digitalisierung das an analogen, an fossilen, an materialintensiven Konsumweisen auch tatsächlich ersetzt und nicht einfach nur on top obendrauf dazukommt. Ich glaube, es ist relativ offensichtlich, dass das New Normal nach der Krise, wenn es dann irgendwann mal auch eine Zeit nach der Krise wirklich gibt, wesentlich digitaler sein wird. Aber das könnte wieder ein Add-on sein. Es könnte sein, dass die Menschen wieder genauso viel reisen, dass der Flugverkehr wieder zunimmt, dass die Pendelverkehre wieder zunehmen und wir zusätzlich noch wesentlich mehr Videokonferenzen machen und dergleichen mehr. Und dann ist natürlich dem Klima nicht geholfen. Ich glaube, um das alles zum Durchbruch zu bringen, muss eine wesentlich stärkere politische Gestaltung erfordern oder nötig werden. Erstens, um nochmal meine These eins anzuknüpfen, Digitalisierung, Klima, Umweltschutz muss wesentlich konsequenter zusammengedacht werden. Wir müssen diese Politik-Kohärenz herstellen, anstatt schizophren hier auf Wachstum, da auf Reduktion zu setzen. Politik-Kohärenz nicht nur in Deutschland, sondern auch weiter. Insofern ist zu hoffen, dass auf der EU-Ebene in diesem Herbst auch die Ratsbeschlüsse, da einige wegweisende Gestaltungsoptionen beinhalten werden, wie man Digitalisierung für Klimaschutz und Nachhaltigkeit nutzbar machen kann. Zum Beispiel, indem Rechenzentren stärker gelabelt werden und mit Effizienzstandards versehen werden. Zum Beispiel, indem die Gerätedauer verlängert wird über etwa verlängerte Garantiepflichten oder Right-to-Repair oder eine Offenlegung von Softwareverpflichtungen, dass Updates bereitgestellt werden, bis das Gerät seine physische Lebensdauer beendet hat und dergleichen mehr. Also hier Hoffnung auf wegweisende Politik, Kohärenz und Politikgestaltung, nicht nur in Deutschland, sondern auch auf EU-Ebene. Und ich hoffe, dass wir auch einen kleinen Beitrag damit leisten konnten, dass wir eine Stellungnahme vom Europäischen Parlament genau zu der Frage auch beraten haben, wie Digitalisierung und Nachhaltigkeit konsequent zusammengedacht werden kann. Die Stellungnahme kommt in drei Wochen in Brüssel raus. Zweitens dann, damit keine Rebound- und Induktionseffekte die technischen Einsparpotenziale auffressen, brauchen wir digitale Suffizienz. So wenig Digitalisierung wie möglich, so viel wie nötig ist unser Motto und das breiten wir auch in unserem Buch Smarte Grüne Welt relativ gut aus. Insofern möchte ich das nicht hier vertiefen. Ja, dann habe ich über die Substitution gesprochen von Digitalisierung am Beispiel der Corona-Lehren. Was brauchen wir hier? Auch eine Fülle von Maßnahmen, die denkbar sind. Ich würde für ein Recht auf Homeoffice plädieren. Aber gleichzeitig dann eben für mehr drastische Maßnahmen, um Verkehr unattraktiver zu machen, damit genau das, was wir jetzt gesehen haben, Digitalisierung kann Transportströme ersetzen, auch verstetigt wird. Ja, und finally, ich glaube, Digitalisierung für Making it Work for Climate muss viel stärker öffentlich unterstützt werden. Das werden Projekte, Produkte, Forschungsansätze sein, die nicht aus der Industrie in erster Linie kommen, sondern wenn man hier Digitalisierung oder eben Hightech für eine No-Growth-Society einsetzen möchte, dann muss das öffentlich gefördert werden. Insofern bin ich dankbar für dieses Projekt, was wir jetzt durchführen können, aber ich glaube, das muss skaliert werden. Wir brauchen viel mehr Beschaffung öffentlicherseits, die auf Nachhaltigkeit achtet bei der Digitalisierung, Forschungsförderung, Produktentwicklungsförderung, aber eben auch Förderung zum Beispiel von offenen Mobility-as-a-Service-Plattformen, Umweltdatenbanken für den Verkehr und dergleichen mehr und da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben.